Wie funktioniert jetzt die Substraktion von Binärzahlen? Es ist genau das gleiche wie bei Dezimalzahlen, genauso wie wir es gelernt haben auch wieder in der Grundschule mit diesem Ausleihen von der Stelle davor. Man muss nur ein paar Regeln beachten, die wir jetzt gleich zusammen aufschreiben werden, damit man eben weiß, wann genau welches Ergebnis rauskommt. Die einfachen Beispiele sind erstmal eine 1 minus 0. Das wäre eine 1. Eine 0 minus 0 wäre eine 0. Und eine 1 minus 1 wäre auch eine 0. Das ist erstmal ganz einfach. Die einzige Möglichkeit, die eben besteht, dass es eben nicht reicht und dass man sich was ausleihen muss von der Stelle davor, ist die Variante 0 minus 1. Da muss man sich was ausleihen. Das muss man auch danach dieses Ausborgen, muss man natürlich auch ausgleichen bei der nächsten Stelle. Und 1, 0 minus 1 ist das Ergebnis auch eine 1 wieder. 1, 0 ist die 2 in Dezimal. 1 ist auch in Dezimal eine 2. 2 minus 1 wäre eine 1. Also ist das genau richtig. Und wenn man diese Regeln beachtet, dann ist auch das Substrahieren von Binärzahlen ganz einfach. Wir werden aber später in einem anderen Video das Zweierkomplement vorstellen und lernen. Und damit lassen sich binäre Zahlen viel einfacher substrahieren als diese Grundschulmethode. Das ist die Grundschulmethode.